Der Bund will die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie weiter lockern, wenn auch unter strengen Auflagen. Gottesdienste und andere religiösen Versammlungen sollen bald wieder zugelassen werden. Wir haben uns entschlossen, mit Auflagen auch Spielplätze wieder öffnen zu können. Das werden die Länder auch im Einzelnen dann entscheiden. Und unter Auflagen auch die Kultureinrichtungen wie Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten oder zoologische und botanische Gärten. Von diesen begrenzten Lockerungen abgesehen, sollen die derzeit geltenden Corona-Auflagen mindestens bis zum 10. Mai in Kraft bleiben, darunter auch die Kontaktsperren. Ob dann ein weiterer größerer Öffnungsschritt möglich ist, wollen Kanzlerin und Länderchefs am 6. Mai entscheiden. Bis dahin sollen die Fachminister von Bund und Ländern ein Konzept zur Öffnung von Schulen, Kitas und Sportstätten ausarbeiten.